Musik Die Cooper SWT HL ist im Bereich Hobel und Kehlmaschinen die ultimative Lösung für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie. Robust, kraftvoll und extrem dynamisch. Diese Hochleistungsmaschine ist nicht nur zuverlässig und langlebig, ein umfassendes Optionsangebot bietet Ihnen zahlreiche individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Die innovative Cooper K2-Steuerung ermöglicht sowohl eine elektronische als auch die bewährte manuelle Bedienung. Modernste Frequenzumrichtertechnik ermöglicht variable Drehzahlen bis 9000 Umdrehungen pro Minute sowie ein sanftes, schonendes Anfahren der kraftvollen Spindelmotoren. Ihr Vorteil? Besonders grosse axiale Verstellwege sorgen für maximale Flexibilität bei geringen Rüstzeiten. Das ergonomische Konzept der Cooper SWT HL überzeugt mit zahlreichen Highlights. Leichtgängige Spindeleinstellungen, motorisch unterstützt. Große schalldämmende Schutzhauben für beste Zugänglichkeit. Besonders helle LED-Beleuchtung. Leicht ablesbare Digitalanzeigen und vieles mehr. Bei kürzeren Abrichttischen kommen Kurbelspindeln zum Einsatz. Maßgenaue Einstellungen werden über Digitalanzeigen einfach, bequem und exakt kontrolliert. Geht es um Geschwindigkeit, spielt die Cooper SWT HL ihre ganze Klasse aus. Horizontale Gegenlager garantieren auch bei höchsten Vorschubgeschwindigkeiten eine optimale Oberfläche. Ganz besonders gilt dies in Verbindung mit einem geraden Jointer. Der Flugkreis aller Schneiden wird hier nivelliert. Übrigens liefert Cooper auch Jointer-Systeme für Profilwerkzeuge. Cooper Clever Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten verlangen den passenden Vorschub. Auch hier gilt, die Cooper SWT HL lässt sich exakt auf ihre Vorschubanforderungen optimal einstellen. Einfach und bequem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Suchen Sie extra Power und maximale Geschwindigkeit? Dann ist die Cooper SWT HL die beste Wahl. Große Querschnitte, hohe Produktivität, beste Oberflächengüte und eine besonders hohe Wertigkeit. Auch nach dem Kauf unterstützt Sie unser zuverlässiger Cooper Service. Mit individueller Beratung, fundiertem Wissen, zeitnah und jederzeit Cooper-freundlich. weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Cooper – Massivholzbearbeitung für Profis. Wir haben die Grenzen Deutschlands hinaus. Wir sollten jetzt versuchen, das Ganze zu verwenden. Wir tun das Ganze zu verwenden, wie wir uns mit dem Guten und zu verwenden. Wir haben hier zusammen die Grenzen Deutschlands, das Ganze zu verwenden. Wir haben hier gearbeitet. Wir haben hier ein paar Minuten, aber das Ganze zu verwenden. Vielen Dank.